So, nun werden wir den Anhänger einfach kurz zusammenlegen. Alles, was in den Anhänger gehört, an den Anhänger gehört, gehört für uns auch in den Anhänger. Darum, alles in den Anhänger rein. Wir wünschen Ihnen mit den Produkten der Firma Kittstoring und Aluline viel Vergnügen und vielen Dank für Ihre Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017